Schaudert an die Leute, die uns auch persönlich geschrieben haben. Da werden wir jetzt natürlich hier niemanden benennen, aber wir haben vor allen Dingen von persönlichen Nachrichten, die Leute, wo welche bekommen haben, viel positiven Zuspruch zu der Episode bekommen, wo auch drüber geredet wurde, dass das wirklich auch ein bisschen so Diskussionsbedarf vielleicht auch noch ist, zukünftig darüber auch noch zu reden. Aber ich denke, die Leute haben sich bewusst dazu entschlossen, aus welchen Gründen auch immer das nicht zu kommentieren oder ihren Kommentar drunter zu lassen. Von dem her gehen wir jetzt heute einfach mal primär auf die Kommentare ein, die wir unter YouTube bekommen haben. Bei Spotify gab es keine, aber bei YouTube haben wir de facto sechs unterschiedliche Kommentare von fünf unterschiedlichen Leuten bekommen und auf die wollen wir heute mal speziell eingehen. Und wir starten mit der lieben Auraya2255. Genau, also fangen wir doch mal an, was die Lieb beschrieben hat. Gute Episode, schwieriges Thema, wo man endlos diskutieren könnte. So wie ich gefühlt fast jeden Tag im Geschäft mit Kunden, doch mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass jeder Shop, Ladengeschäft genau die Kunden anzieht und behält, welche zu ihnen passen. Und dass der Preis schlussendlich gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern das, was der Shop, der Laden quasi an Lifestyle aussendet. Die einen Kunden sind eher rational, die anderen eher emotional. Und dementsprechend wird auch dann einen dazu passenden Shop oder Laden gewählt. Kann natürlich auch je nach Stimmung und Budget dann manchmal etwas variieren. Ist natürlich nur meine persönliche Wahrnehmung. Danke für den Kommentar, Auraya. Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie Sie auch. Ich sage es immer, dort wo du einkaufst, das hatten wir ja schon letzte Folge, in diesem Laden musst du vertrauen. Es muss dir passen, was er gegen außen verkörpert. Das ist auch wieder meine Meinung. Wir werden sehen, es gibt da auch Menschen, die sehen das anders in den Kommentaren. Ja, wie siehst du das, Vektor, zum Beispiel jetzt? Ja, also sehr treffend auf jeden Fall formuliert. Das ist wirklich so. Es gibt immer die Läden, die ihre Kunden haben und die werden auch immer wiederkehren, diese sogenannten Stammkunden oder sagen wir mal, wo man persönlichen Kontakt einfach aufbaut. Und das ist wie bei einem Friseur. Ich kann von meinem Friseur auch nicht mehr weg, auch wenn ich es manchmal wollte. Kenne ich nur zu gut, kenne ich nur zu gut. Ja, ist aber, ja. Es ist halt wirklich, man hat die einen Kunden, man hat die anderen Kunden, man hat Laufkundschaft. Das unterscheidet sich auch ein bisschen. Man kann das nicht einfach wie 100% sagen wir mal genauso nehmen, aber im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall dahinterstehen. Das ist wirklich so, ja. Ist ein toller Kommentar. Danke dafür auf jeden Fall. Aber sehe ich sehr ähnlich, ja. Was für mich da so ein bisschen raussticht, ist so dieser einerseits Lifestyle-Punkt, wo sie geschrieben hat und der Vergleich zwischen rational und emotional. Und das finde ich so das Einzige, was sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist, weil im Endeffekt musst du überlegen, was bedeutet für wen jetzt rational. Also ist derjenige rational, der halt sagt, jo, ich will einfach für mich persönlich das, in dem Sinne das, ich sage jetzt mal den günstigsten Preis, oder ich habe einen kleinen Geldbeutel und will den günstigsten Preis haben, deswegen kaufe ich bei der Person. Ist das das rationale Denken oder ist es eher das emotionale Denken, zu sagen, jo, ich bin wütend auf die Person oder ich verstehe nicht, wieso die Person das teurer als wer anders anbieten muss, deswegen kaufe ich nicht bei dieser Person ein. Das ist so ein bisschen schwierig für mich da zu definieren, in welche Richtung jetzt welche Person speziell geht, aber wahrscheinlich gibt es halt für beide Seiten Beide Entscheidungen, denke ich jetzt mal. Dass wirklich der, der, ich sage jetzt mal eher shoptreu oder personentreu ist, der das vielleicht nicht mehr zwingend aus einer emotionalen Entscheidung raus macht, sondern eventuell auch aus einer rationalen Entscheidung raus, weil er sagt, jo, ich will die Person fördern, weil ich habe gehört, der will den LGS weiter ausbauen oder will irgendwelche zukünftigen Sachen machen, die ich cool finde. Und deswegen mache ich das, das muss ja dann auch nicht zwingend eine emotionale Entscheidung sein. Das ist der einzige Punkt, wo für mich da ein bisschen unschlüssig ist, aber wie gesagt, wahrscheinlich trifft das auf beide Seiten zu, aber ja, cooler Kommentar, also vielen lieben Dank auch schon mal dafür. Genau, der nächste Kommentar, den wir ansprechen heute, der war von hypokun4086. Ja, also ich als normaler Kunde, ein Display pro Erweiterung, ab und zu noch eine ITB. Also war ein bisschen bezogen auf einen anderen Kommentar. Am Anfang habe ich auch auf den Preis geschaut. Mit den Jahren hast du dann aber deine Favoriten, auch durch persönlichen Kontakt. Ich beziehe mich zum Beispiel manchmal bei einem größeren Shop, also er bezieht bei einem größeren Shop, aber neu auch bei dir, David. Also jetzt bei dir auf dich gezogen. Auch bei Farfetched, weil ich euch, wie schon eben gesagt, zu euch einen Bezug habe. Das Persönliche ist halt schön und da können die kleineren Shops halt punkten. Da spielt der Preis nicht ganz so eine große Rolle. Klar, wenn du jetzt eklatant höher bist, wird es auch schwer. Es ist halt nicht einfach. Naja, man kann hier, glaube ich, ewig drüber diskutieren. Ja, es ist halt wirklich so, aber das ist halt auf die breite Masse gesehen. Ja, nicht jeder hat immer nur einen guten Bezug. Es gibt halt auch, wie ich gerade eben gesagt habe, halt die Laufkundschaft, die einfach mal reinkommt oder mal zufällig auf deine Seite stößt, ein cooles Angebot findet und was abstaubt. Also nur persönlichen Kontakt oder Bezug zu haben, ist ein bisschen schwierig, weil dann, ja, wenn du wachsen willst, ist das halt ein bisschen schwierig, finde ich. Oder? Also auf jeden Fall, wenn du größer werden willst, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird, zu jedem Kunden eine persönliche Beziehung irgendwie zu haben oder persönlichen Kontakt. Der Punkt auch, beziehungsweise, wenn du eklatant höher bist, finde ich irgendwie, das ist ja auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also viele sagen schon, ja, ein Zwanziger ist eklatant höher. Andere haben Verhältnisse und sagen, ja, ab 50, 60 Franken bist du eklatant höher als andere Shops. Dort ist halt auch wieder eine Wahrnehmungssache. Ja. Also ich denke halt, er spricht hier ein paar Punkte an, was natürlich schon mal hier wichtig ist, zu lesen und zu sehen, ist, dass er halt reinschreibt, dass er sich für eine Erweitung vielleicht eine ETB gönnt oder mal maximal irgendwie ein Display oder sowas. Da sind wir natürlich jetzt in so einem Bereich, wo wahrscheinlich so als, als Kunde oder Sammler eher so ein bisschen niedriger angesiedelt ist von dem, was er sich gönnt. Aber genau, er ist da einfach ein bisschen in einer anderen Riege drin, von dem her, ich glaube, er setzt halt wirklich ein bisschen mehr Wert auf das, was die Nadine, deswegen haben wir ihn jetzt so auch als nächstes herangenommen, weil der Kommentar eigentlich recht gut zum ersten Kommentar halt passt, geschrieben hatte, dass er halt ein bisschen mehr so diesen persönlichen Bezug nimmt. Also er scheint da wirklich mehr so ein bisschen in diesem emotionalen Bereich drin zu sein, bezogen auf kleinere Shops. Und wie du sagst, dieses Enklatant Höher ist halt wirklich ein bisschen schwierig halt einzuschätzen, was das jetzt bedeutet, ob er, ob das halt für ihn bedeutet, irgendwie zehn Franken für was teurer oder ob das bedeutet, dass jemand das Doppelte verlangt. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, denke ich, wie du es halt rechtfertigst der Person gegenüber, dass es halt wirklich zu diesem Preis halt dann nachher kommt, oder? Genau. Aber auf jeden Fall da auch ein sehr interessanter Kommentar. Vielen lieben Dank da auch nochmal für Hyperkun, für das, was du reingeschrieben hast. Es gibt halt jetzt natürlich bei den beiden, weil die eher so ein bisschen positiver, sage ich jetzt mal, drauf eingegangen sind, sind jetzt auch wahrscheinlich nicht so viele Gesprächspunkte. Deswegen springen wir da jetzt eher ein bisschen zügiger weiter zu den nächsten Kommentaren. Aber es gibt schon noch einige Sachen zu besprechen, denke ich, heute Abend. Genau. Da würde ich vielleicht gerade mit dem dritten Kommentar weitermachen. Der kommt von Coyoten Jager 5060. Der hat zwei Kommentare verfasst. Ich würde jetzt mal den einen gerne vorlesen. Ich denke, ein Problem ist die Ziellosigkeit von manchen Händlern. Es gibt keine langfristige Strategie. Sie fangen an und setzen einfach den tiefsten Preis. Dadurch erzielen sie Verkäufe, locken aber auch unrentable Kunden an. Leben tun sie natürlich von einer anderen Einnahmequelle Job. Somit müssen sie lediglich den Preis einholen, um die variablen Kosten zu decken. Diese Händler träumen dann davon, dass sie in Zukunft einfach die Preise erhöhen können und alles schön weiter läuft. Aber dem ist nicht so. Spätestens dann kommt wieder ein neuer Preisdrücker. Für etablierte Händler natürlich ein totales Ärgernis. Der Hinweis mit der Schwarzarbeit fand ich interessant. Der kam, glaube ich, das letzte Mal vom Victor. Die Händler machen zwar nichts Illegales, aber wo haben wir es denn weiterlaufen? Machen zwar nichts Illegales, aber im Prinzip arbeiten sie tatsächlich mit unfairen, unrealistischen Kostenstrukturen. Kürzlich habe ich ein Pokémon-Display für 99 Franken gesehen, damit es dann wirklich einen Tiefpunkt im TCG-Händler-Szene erreicht. Wahrscheinlich deckt das nicht mal die Kosten oder was meint ihr, aber der Händler nimmt nach wie vor neue Produkte auf, also nichts mit Total-Ausverkauf. Logik. Wo? Sehr interessanter Kommentar. Der spricht so ein paar, ich glaube, der spricht jetzt so ein bisschen eher mehr die wahrscheinlich Händler-Richtung halt an, wo man sich wirklich so ein paar Fragen halt so irgendwie stellen muss, wie es zu was kommt oder das spricht jetzt ein bisschen mehr auch die Punkte an, die wir letztes Mal so für uns definiert haben. Ich denke wirklich, der erste Punkt, wo ich mir mal so ein bisschen unterstrichen habe, war eben diese langfristige Strategie und ich glaube halt, das ist wirklich was, wo viele nicht wirklich drauf gehen. Er spricht auch davon, man hat eine separate Einnahmequelle und ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt oder jemand von euch da draußen jemand kennt, der einen Online-Shop führt und das hauptberuflich macht, also jetzt bezogen aufs TCG, also zumindest in der Schweiz kenne ich niemand, also ich wüsste niemand, der einen Online-Shop hat und das hauptberuflich macht. Einen, einen kenne ich, glaube ich. Einen Online-Shop, der es hauptberuflich macht? Ja, ich denke mal. Der nur einen Online-Shop hat? Ja. Okay, also ich kenne keinen, also zumindest nicht bewusst. Also ich meine jetzt nicht mich, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich bin es auf jeden Fall nicht, aber ich würde jetzt sagen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, einfach einen Namen zu nennen. Ja, nee, es macht doch keinen Sinn, aber einfach um da mal drauf einzugehen, meines Wissens nach gibt es niemand, der das jetzt wirklich als volle Einnahmequelle halt hat. Darauf gehe ich nachher noch mal in einem anderen Kommentar ein, weil der auch so ein bisschen dieses Thema ähnlich anspricht, aber mit einem anderen Ansatz, was ich auch super interessant finde, aber das ist schon ein bisschen das Thema, ja, die meisten Leute, die das machen, auch jetzt hier, wenn wir es auf uns beziehen, mal Victor und ich, wir arbeiten ja ganz normalen Job und wir machen das in dem Sinne in unserer Freizeit halt, ja, von dem her, du bist halt nicht auf diesen Preis angewiesen und da kommen nachher eben auch, zum Beispiel, er hat jetzt dieses Pokémon-Display für 99 Franken angesprochen gehabt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist, wenn jemand jetzt 1000 Displays einkauft, falls es sowas überhaupt gibt, jetzt bei uns, wahrscheinlich in der Schweiz eh nicht, ob der die dann für günstiger bekommt, aber natürlich ist es so, dass du für so einen Preis einen Verlust in dem Sinne machst, also da machst du definitiv keinen Gewinn mit und es gibt so Verkäufe, die können entweder sein, dass die Person halt einfach liquide bleibt, um das nächste Produkt einzukaufen oder die kann wirklich halt dafür sein, wie er es anspricht, dass er halt mit diesen tiefen Preisen Kunden anlocken will und sich halt dadurch verspricht, Kunden zusammen aufzubauen und dann später muss er den Preis irgendwann erhöhen, also wenn du, wenn es wirklich darum geht, dass er dieses einen langfristigen Plan hat und vielleicht auch sagen will, ich will davon später eventuell auch mal leben oder ich will davon später mir vielleicht wirklich was aufbauen, aller LGS oder so, dann muss er den Preis erhöhen, da kannst du nicht mit 99 Franken für ein Display leben, vor allen Dingen, man muss ja auch dabei bedenken, auch bei den 99 Franken, wenn du 50 Displays eingekauft hast, mal zum Beispiel, da bleibt ja trotzdem vielleicht die Hälfte liegen, also selbst wenn er das unter Markt wird verkauft, heißt das ja nicht, dass er für 99 Franken nachher alles verkauft bekommt, das muss man auch mal noch so sehen, und das ist bei hohen Preisen genau dasselbe Thema. Genau, den Schwarzarbeit-Kommentar, ich glaube, da brauchen wir eigentlich nicht weiter eingehen, ich glaube, das ist schon das letzte Mal so ein bisschen ausgesprochen worden, aber er ist da nochmal drauf eingegangen, dass es natürlich eher so diese unfaire Struktur halt ist und ja, wo darin die Logik ist, also meiner Meinung nach wirklich die Logik besteht halt nur darin, dass halt die Leute eben eine gewisse Aufmerksamkeit halt auf sich ziehen wollen, oder? Und ich denke, dass es keinen Shop gibt, der nicht mit dieser Strategie fährt, der das für gut empfindet, also meiner Meinung nach. Die meisten sagen wahrscheinlich, das muss mir egal sein, weil wenn ich auf jeden gucken würde, der das macht, würde ich mir, würde ich wahrscheinlich noch einen psychischen kriegen oder sowas, aber ich glaube, da gibt es keinen Shop, wo das für gut heißt, also Also wie er es ja eigentlich schon sagt, er hat da geschrieben, dass etablierter Händler natürlich ein totales Ärgernis ist und das ist eigentlich Treffen, da hätte er den Kommentar gar nicht schreiben können, muss ich sagen, weil es ist einfach Preise nachher nach oben zu korrigieren, ist einfach sehr, sehr schwierig und wenn du die nachher die Mühe machst, selbst wenn du viele Kunden abbekommst, weil du so günstig bist, die Mühe, die Zeit vor allen Dingen, die du rein investierst, die hast du damit nicht bezahlt, wenn du so günstig bist, ganz einfach und auf die Dauer gesehen ist das einfach, ich glaube, nicht gerade ein Erfolgsrezept, aber ich lasse mich dann besseren belehren, also von daher würde man sagen, gutes Kommentar, aber ich glaube, wir gehen da nachher noch ein bisschen intensiver drauf ein beim nächsten Ja, also ich kann mich da eigentlich nur euch anschließen, das ist ein bisschen, jetzt ist mehr auf den Händler bezogen gewesen, für mich etwas schwieriger, obwohl wir jetzt gerade bei der nächsten Frage auch vom Kojotenjäger bezüglich dem Preis für 99 Franken, schreibt er, was ist generell eure Meinung zum TCG-Markt aktuell? Mir scheint es so, als wären viele Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Händler nervös. Viele haben etliche Produkte im Sale. Bei One Piece ist es das Gegenteil, viele Händler haben nichts mehr in Lager oder verkaufen über dem UVP. Nur momentan auf Nord oder ein längerer Trend. Es knüpft ja ein bisschen an, an seinen vorherigen Kommentar. Das ist mir persönlich auch aufgefallen, du siehst viel mehr Sale, egal ob es jetzt stationär ist oder ob online. Züglich One Piece ist es so, es ist ja eigentlich alles höher gehandelt, wenn ich mich nicht täusche. Ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit One Piece und da stellt sich jetzt auch die Frage für mich, Dragon Ball bringt ein neues Set ja auch raus. Nebst dem Beständungs-Set. Die Preise dort sind auch schon wieder über UVP, wenn du schaust. Das erste Set, nehme ich jetzt auch unter, was dort passiert, ob wir dort das gleiche erleben wie bei One Piece oder ob es das erste, zweite Set ist und dann wieder abflacht. Bei One Piece ist glaube ich einfach, die Stückzahl ist etwas geringer und die Leute haben wahrscheinlich das nicht so erwartet, dass das so einschlägt. Und wie der David eben gesagt hat, wenn du dir eine große Menge einkaufst, dann kriegst du halt nicht immer alles verkauft. Und wenn du dann Ware da hast, die dann plötzlich weg muss, weil du dann irgendwelche Vorbestellungen bedienen willst oder das Geld dafür brauchst und du hast es momentan nicht, weil es arbeitet meistens darauf hinaus, wie viele Shops und dann, ja, zu viel bestellt, zu viel übrig geblieben und dann tut das richtig weh, dann muss das Zeug weg. Und deshalb machen viele dann einfach ein Sale draus und sagen, ich gebe es dann einfach zum EK weiter, Hauptsache ich kann das Geld einfach wieder reinvestieren in neuere Sets, weil das dann wahrscheinlich der, die Beliebtheit mehr da ist, dass die das, oder die Wahrscheinlichkeit, dass es dann schneller verkaufen mehr da ist. Aber One Piece habe ich selbst die Erfahrung gemacht, ich habe sehr, sehr viel bestellt und nur sehr, sehr wenig bekommen. Also die Stückzahl war wirklich sehr limitiert, deshalb ist auch das Preis-Leistung war halt natürlich direkt dann komplett unterschiedlich, geil. Okay. Ich denke halt, der wichtigste Punkt bei One Piece ist halt aktuell, das erfährt halt gerade einen Hype, das kann die Netflix-Serie gewesen sein, die einiges generiert hat, die sehr beliebt war. Das kann halt Leute auch sein, die eben vielleicht durch die Netflix-Serie oder vielleicht einfach dadurch, dass sie jetzt durch diese Aufmerksamkeit die One Piece noch mal zusätzlich bekommen hat, die ja eh schon groß war, eventuell auch mal nach links und rechts geguckt hat und gesehen hat, ah cool, da gibt es jetzt auch ein cooles TCG, wo potenziell vielleicht auch wertvolle Karten drin sein können. Und die Mischung von einem Hype und einem geringeren Printrun als bei anderen TCGs, die macht natürlich dann schlussendlich den Marktwert aus. Darüber haben wir das letzte Mal ja auch geredet gehabt. Es ist auch keine Schmach, auch von einem Händler, wenn er das dann mal halt eben über UVP verkauft, weil das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, der Kevin will sich in zwei Wochen ein Display kaufen und findet es halt nirgendwo mehr. Dann ist er vielleicht froh, wenn sein Händler XY das noch hat, kostet es vielleicht ein bisschen mehr, aber der bietet es halt noch an. Also von dem her, da geht es ja auch ein bisschen drum zu drosseln, wenn man merkt, der Markt ist so super aktiv und Leute kaufen einfach alles auf, was für einen normalen UVP rausgeht, dann kann man ja auch so den Markt ein bisschen drosseln, dass man sagt, hey, ich probiere mit dem Preis hochzugehen, gucke, wo so die Grenze ist, dass vielleicht nicht gerade der Harry vorbeikommt und irgendwie sich 20 Displays bei mir einkauft, weil das willst du ja weder als Händler eigentlich noch als Kunde haben. Und deswegen wird halt teilweise der Preis halt auch angepasst nach oben und halt dann schlussendlich auch nach unten, wenn man wie der Victor gerade nochmal drauf eingegangen ist, merkt, das Zeug geht halt gar nicht weg. Und ja, das kann sehr, sehr wehtun. Und ich denke, das ist halt das, was man aktuell halt merkt. Vor allen Dingen, weil halt die Leute vielleicht auch von Zahlen ausgegangen sind, wo sie da Vorbestellungen gemacht haben. Also ich meine, ich selber bestelle vielleicht mal sechs Displays, da ist es halt eine sehr, sehr kleine Menge, dann ist das Problem meistens nicht so groß. Aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich würde, keine Ahnung, vier Cases bestellen und du bleibst nachher auf drei Cases von vier hocken, dann hast du schon mal ein Problem, wenn du nicht finanzielle Mittel hast, um das auszugleichen. Also von dem her, ja, schießen die Leute das halt dann nachher sehr, sehr günstig raus. Das ist längerer Trend, würde ich nicht sagen. Das sind halt Wellen, oder? Wenn Pokémon jetzt einen Hype wieder erlebt, dann bist du vielleicht froh, dass jemand noch ein Display von Scarlet Violet Base Set auf der Seite hat, wo du dir damals nicht gekauft hast und du gesagt hast, boah, ich hätte mal Bock, in die Ära mal reinzuschauen. Und dann hat er eines vielleicht noch, der es halt nicht gerade für 90 Franken verkauft hat, sondern halt das vielleicht noch behalten hat und gesagt hat, ich lasse es halt einfach im Shop drin, weil ich konnte es mir aus welchen Gründen leisten, das länger drin zu lassen im Shop, ohne da dicke Sales mitzumachen. Das ist auch manchmal schwierig. Das passende Set, ich meine, als Händler bist du auch immer froh, wenn du ein Set, sage ich mal, viel bestellt hast, was wirklich schnell weggeht und die Nachfrage hoch ist. So, das ist natürlich das richtige Set dann zu finden oder auf einmal, es gibt dann Sets, da bestellst du, weil du der Meinung bist, das wird gut gehen und plötzlich will es irgendwie niemand mehr. Das ist halt, es ist halt auch immer so ein Risiko einzugehen, hey, wie viel bestellst du? Weil es geht nicht immer alles nur auf Vorbestellungen. Beispiel ich, ich bestelle einiges auf Vorbestellungen und einiges hole ich mir einfach auf einen kleinen Vorrat. Und ich bin bisher Gott sei Dank eine gute Schiene gefahren und habe immer die Displays, die ich dann behalten habe, meistens sogar noch über den Preis, weil ich bin da nie in den Sale gegangen, sondern ich habe es einfach dringelassen und fertig. Und die sind dann früher oder später sind die immer weggegangen. Also TCG ist halt das Besondere auch, viele Sets steigen einfach auch mit der Zeit. Alle Sets steigen mit der Zeit. Aber es wird gerade sagen, es ist eigentlich generell. Du musst es dir als Händler halt leisten können, dir das zu machen, was du machst. Das ist schon klar. Das ist wie bei Aktien, wenn du mit Geld handelst, was du eigentlich gar nicht hast. So sehe ich das irgendwie immer. Deshalb immer irgendwie lieber kleiner reingehen, aber dafür risikoärmer, sage ich mal. Ich finde, also bevor wir jetzt kurz weiterreden, muss man auch mal dazu sagen, hier geht es jetzt nicht irgendwie darum, keine Ahnung, Regeln aufzustellen, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, da geht es wirklich mal darum, so ein bisschen einen Denkanstoß zu geben. Da muss schlussendlich jeder seine eigene Meinung haben, weil ich meine, wir werden jetzt auch niemanden dazu bringen, das irgendwie anders zu machen, wenn er das nicht will oder nicht überdenken möchte oder so, aber einfach mal so ein bisschen Denkanstoß geben und es ist jetzt auch nicht jeder Böse, wie gesagt, der mal was günstiger verkauft oder so oder wirklich Probleme hat und das Zeug abstoßen will. Es ist einfach nur wirklich schwierig für die anderen, die halt dagegen konkurrieren müssen, dann zu sagen, dass man das akzeptiert. Also das feiert halt wirklich keiner, logischerweise, wenn du unterboten wirst, vor allen Dingen, wenn du halt keine Preisanpassung halt auch machen möchtest. Was denke ich halt auch mal, ich wollte das mal ausrechnen, aber ich habe es nicht gemacht, aber ich meine, man muss sich auch wirklich einfach mal überlegen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal drei Displays als Beispiel, drei Pokémon Displays, bestelle drei Pokémon Displays, die haben einen UVP von 149 oder so oder 159, ich stelle die dafür rein und der Marktwert aktuell ist 139 davon, sprich 20 Stutz bin ich teurer als die anderen. Jetzt bekomme ich von mir aus, von den drei Displays bekomme ich eins verkauft und bleibe auf zwei Displays sitzen. Mein Verlust ist nicht, dass ich die 20 teurer verkauft habe, sondern mein Verlust ist, dass ich insgesamt auf wahrscheinlich 200 Stutz halt hocken bleibe und im Gegensatz habe ich nur von mir aus 50 Stutz Gewinn gemacht. Also ich meine, das ist ein Riesenverlust, den man da schlussendlich mit halt macht und ich denke, man muss es eher anfangen mal so zu rechnen, dass halt man wirklich schon mit einer, auch einer kleinen Menge, auf dem man sitzen bleibt, halt theoretisch so weit bringt, dass man trotzdem große Verluste halt einfährt und je nachdem, wie tief du halt reingehst, ist halt der Verlust teilweise riesig, wenn du wirklich drauf hocken bleiben musst oder erst dann halt, wenn du eher kleiner einkaufst, halt kleiner, aber diese Verluste, die gibt es halt. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass jeder seine Produkte verkaufen würde und alles ist sofort weg, dann ist natürlich derjenige, der es am teuersten anbietet, immer der, wo er am meisten daraus profitieren würde, aber das ist halt definitiv der Fall. Ja, also vielen lieben Dank nochmal an den Koyoten für die zwei Anregungen, die er da gemacht hat. Interessant gewesen, das auf jeden Fall mal durchzulesen. Ich würde sagen, wir springen jetzt zum nächsten Thema rüber. Das ist ein bisschen eine längere Message, das würde ich an Viktor übergeben, vom, wo haben wir seinen Namen? Ghost 6041. Ghost 6041. Vielen lieben Dank auf jeden Fall mal da für deinen riesen Input, den du da reingeballert hast. Also, Ghost 6041 schreibt, spannende Folge. Ich oute mich jetzt hier einmal als günstiger Käufer. Ich sehe das Thema anders wie ihr. Wenn ich mir die aktuellen Shoplandschaft in der Schweiz anschaue, sehe ich Preisranges von ca. 134 bis 169 für ein beispielsweise Modern Display. Gerade wenn man als Sammler mehrere Boxen öffnen will, sind das dann doch erhebliche Preisunterschiede, die sich dann über die Zeit häufen. 90% von den aktuellen Shops müssen sich einmal besinnen, welchen Mehrwert die denn wirklich bringen. Damit spreche ich jetzt nicht von der Vorbestellung. schnelles Auspacken und so weiter an, welches zwischenzeitlich wohl praktisch jeder bietet, sondern was macht den Shop einzigartig. Wenn beispielsweise ein Shop ein Event organisiert, beispielsweise zum Traden oder Spielen, dann zahle ich vor Ort gerne auch mehr, weil ich die dazugehörige Arbeit den Mehrwert dazu schätze. Aber jeder Shop, der nur über die 134 Webshops meckert, weil er sich, weil er selbst ja das seit 10 Jahren macht, sollte sich einmal überlegen, wie er denn die 30 Franken, also ich denke mal Franken meint er damit, unterschiedlich rechtfertigt. Wenn die 134 Franken Shops verdienen, auch noch etwas, sonst würden sie ja nicht so lange bestehen. Klar sind die, die ist meistens Einzelpersonen und nicht eine riesige Organisation, was mir aber als Käufer auch egal ist, weil nur weil ein Shop mehr Leute hat, hat er nicht automatisch mehr Mehrwert für den Kunden. Ein günstiger Preis ist schlussendlich auch ein Service, den ich als Kunde schätze. Ebenfalls sehe ich das ähnlich mit Local Stores. Nur weil man ein Local Store hat, bedeutet das noch lange nicht, dass ich als Kunde etwas davon habe. Ich hoffe bei den Schweizer Shops auf mehr Kreativität, Leidenschaft und Willen, eventtechnische Dinge zu organisieren und Moment, ja eventtechnische Dinge zu organisieren und etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Ich finde es schade, dass gerade die Shops mit physischen Flächen nur so selten vor Ort Events organisieren. Das wäre doch genau das, was die Mehrkosten rechtfertigt. Meine Frage an euch. Shop A, Display 134, Shop B 169. Was muss Shop B für euch bieten, damit ihr euch nicht für Shop A entscheidet? Auf Gutes diskutieren. Also der Kommentar, muss ich sagen, den habe ich mir öfter durchgelesen und ich finde es ein bisschen gegensprüchlich, was er da schreibt. Viele Dinge, also zuerstes Mal äußert er sich dafür, dass es eher ein günstiger Käufer ist. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch sein gutes Recht. Die Kunden, die muss es ja geben. Das ist ja klar. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass er erwartet, dass Locals Shops mehr Kreativität, mehr Leben, sage ich mal, in Events reinstecken, aber ist nicht bereit, in diesen Local Stores direkt seine Produkte zu kaufen. Und das finde ich irgendwie, wie soll das funktionieren? Ich weiß nicht, ob er in der Erwartung ist, dass wenn du in Online-Shops weiterhin investierst, in diese reinen Online-Shops, dass dann plötzlich Events auftreten. Woher sollen die denn kommen? Wer veranstaltet die? Also das verstehe ich nicht so ganz, wie er das jetzt meint, ob er das jetzt so sich da klar Gedanken drüber gemacht hat, weil irgendwie ist das ein bisschen gegensprüchlich, was er da schreibt. Die Chance ist ja auch kleiner, wenn er rein, also reine Online-Shoppen wie Events zu organisieren, auf eigener Fläche natürlich, also ein Shop vor Ort, das ist jetzt meine Meinung, also ein Shop vor Ort kann eher mal sagen, okay, ich mache jetzt ein Event, ich habe die Fläche, ich habe die Tische, ich mache ein Pre-Release-Turnier zum Beispiel. Also, ja David, sag du ruhig was, ich kann gleich noch was. Ja. Ich denke, er wollte halt was Spezielles andeuten und das hat er auch in der letzten Frage dann in dem Sinne gemacht, was für uns sozusagen einen Mehrwert rechtfertigt, dass der Typ A zu Typ B mehr dafür verlangt, wieso er was macht. Es ist eine super tricky Frage, deswegen, es ist auch ein bisschen schwierig, da das richtig zu kommunizieren, so wie man es weiter will, für mich ist es auch wirklich ein bisschen widersprüchlich, weil wie du sagst, es entsteht nichts dadurch, dass du jemanden nicht unterstützt darin, was du machst. Also, wenn du einen Local Store hast, wo du reingehst und du hast persönlichen Bezug zu der Person, verstehe ich nicht, wieso man die nicht unterstützen sollte, auch wenn die 30 Franken mehr verlangt für einen Display. Er geht da ja von Anfang an auf den Punkt halt ein und sorry, Ghost, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, deine Meinung ist falsch oder so, sondern einfach mal diese Punkte durchzusprechen, weil ich glaube, du bist tatsächlich so einen Kunden, eine Person, wo wir daraus gefischt haben, wo wirklich so ein bisschen diese Meinung vertritt, die vielleicht die meisten Shops, wo langfristig auf dem Markt bleiben sollen, nicht verstehen, wieso man so eine Meinungsbildung hat. Das soll jetzt nicht wertend sein, sondern eher so ein bisschen jetzt eine echt gute Anregung halt für eine konstruktive Diskussion hoffentlich. Du bist ja jetzt schon, ich sage jetzt mal, du bist eher ein Premium-Kunde, weil du redest davon, dass du mehrere Displays konsumieren möchtest. Da macht es für mich eigentlich fast noch weniger Sinn, weil du hast definitiv kein Problem, Geld zu investieren ins Hobby, wenn du darüber nachdenkst, mehrere Boxen von etwas zu kaufen. Das bedeutet, das nimmt dich schon ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, aus der Verantwortung raus, dass du sagst, du musst möglichst günstig einkaufen. Logisch, wenn du zehn Boxen einkaufst, sind das 300 Stutz, die du mehr dafür zahlst, aber es gibt einen Mini-Prozentsatz von Leuten, die zehn Boxen einkaufen können. Also da geht es für dich eigentlich nicht um ein Geldproblem, es geht eher mehr darum, um den Shift, wo steckst du das Geld eigentlich potenziell nachher rein und dann ist die Frage, willst du diesen Mehrwert, von dem du sprichst, willst du den überhaupt haben? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich für mich aus dem, was ich lese, halt am meisten stelle, weil wenn du willst, dass jemand Events organisiert, dann bezahlst du dem nicht nur, dass du sagst, der macht jetzt ein Pre-Release und da sind Kids, die ich kaufe oder da ist eine Fläche, die ich nutze und ich bekomme was zum Trinken oder sowas dafür, sondern du bezahlst die wichtigste Währung, die wir alle in unserem Leben haben und das ist unsere fucking Zeit. Sorry, dass ich das so sage. Das ist so. Zeit ist das Wichtigste im Leben, das wir haben und wenn man von Local Store spricht, dann sind das Leute, die nicht nebenbei mehr als Physiotherapeut jetzt mal auf mich bezogen schaffen, sondern das sind Leute, die ihr gesamtes Leben da reinstecken. Also ich glaube nicht, dass jemand einfach vor Fun noch einen Local Store oder sowas hat. Das ist schon wirklich jemand, der mindestens 50 Prozent wahrscheinlich seiner Arbeitszeit und Kapazität da reinsteckt. Sprich, das finde ich verdient schon mal ein bisschen Support und klar, wenn die Person es denn wirklich noch schafft, noch mehr Zeit zu investieren und zu sagen, hey, ich baue Events auf und so weiter und so fort, die Person braucht einen gewissen Rückhalt und 30 Stutz ist dann wirklich nicht zu viel verlangt, meiner Meinung nach. Vielleicht sehe ich das falsch, aber finde ich mal ganz kurz. Auf jeden Fall, sorry, ich labere manchmal da ein bisschen lang. Ich habe nämlich den Kommentar gelesen und ich habe mir echt so gedacht, er schreibt, wie rechtfertigt man natürlich diese 30 Franken als erstes mal pro Display und zweitens, dass es ihm als Kunde egal ist, dass das, warum, also ob er jetzt irgendwie Leute angestellt hat oder nicht, ob er irgendwelche Kosten zu bezahlen hat. So habe ich es jetzt rausgehört. Ich wollte mal gerne sagen, und zwar gerade diese Local Stores, ich rede jetzt nicht von den Online Shops, und zwar die alten Eingesessenen, die ihre Läden schon hatten, bevor der Hype schon da war. Da gab es noch diese Baukästen, Firmen nicht wie Wix oder Shopify oder Sonstiges, wo man für ein Tausender irgendwie sich einen Shop erstellt hat und fertig. Da hat man damals einen Webdesigner gebraucht und einen Programmierer, der dir einen Shop erstellt und das ging meistens in die fünfstelligen Zahlen rein. Das war richtig, richtig teuer. Zweitens, das Risiko einzugehen, zu sagen, hey, ich hole entweder mein Erspartes oder ich hole mir einen Kredit auf, um TCG oder Spielzeuge zu verkaufen und einen Local Store überhaupt zu eröffnen. Erstens mal braucht man dafür natürlich erstmal Eier, das erstmal zu machen. Und dann hat man das gemacht für die Leute, die das TCG gefeiert haben. Der Hype ist ja erst gekommen vor, wie viel? Vier, fünf Jahren, kann man sagen. Ja, vier Jahre. Wo die Nachfrage einfach nach Turnieren, nach Karten immer, immer größer und größer wurde. Und ich meine, die haben sich das aufgebaut und dann kommt einer und sagt, hey, ich mache einen Online-Shop für einen Tawi und ich mache dem komplett die Preise kaputt. Mir geht es in erster Linie darum, dieses schweinzige Unterbieten. Und ich weiß nicht, ob du das ganz verstehst, aber wenn du alles nur in Online-Shops reindrückst, weil du dein Profit da rausschlagen willst und sagen willst, hey, und nicht Profit, aber deinen günstigen Preis rausschlagen will, dann geht das Geld niemals in Turniere rein. Also kannst du doch nicht erwarten, dass die Local Stores kreativ werden sollen und Events veranstalten sollen. Das ist irgendwie, ich finde das schon irgendwo, also ich will jetzt nicht sagen frech, aber ich finde das nicht okay. Weil genau das ist, ich glaube, wenn ich die Sparte, wo ich sage, hey, denk mal ein bisschen drüber nach. Ich glaube, ich weiß nicht, Kevin, willst du noch was dazu sagen? Weil ich könnte da schon auch nochmal drauf eingehen. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt einfach nur auf dem Kommentar rumhackt. Nein, überhaupt nicht. Ich will auch nicht beleidigend oder sowas sein, gar nicht, aber ich will einfach kurz vor Augen halten, was ein Local Store eigentlich bedeutet. Allgemein, was das heißt eigentlich für uns TCG-Fans. Wir lieben ja das Spiel, wir wollen das ja interaktiv irgendwie, wir wollen da irgendwo mit den Leuten zusammenkommen und die bieten die Möglichkeit dazu, aber man sagt, nein, ich bin nicht bereit, mehr zu zahlen. Also auf Dauer gesehen nur kurz zur Info. Daran gehen die kaputt, weil wenn die plötzlich 30, 40 Prozent weniger Kunden haben, weil die Leute so denken wie du und sagen, hey, ich kaufe es lieber in einem Online-Shop viel günstiger und die springen plötzlich ab und die können ihre Löhne nicht bezahlen, ihre Fixkosten nicht bezahlen, ihre Kredite nicht bezahlen oder Sonstiges, dann gibt es bald keine Local Stores mehr. Ganz einfach. Ja, für mich ist einfach im Kommentar widersprüchlich eben, du bist einerseits, wenn du ein Event hast, bist du bereit, mehr zu bezahlen, aber dass ein Shop ja auch eben Event machen kann, braucht er auch eben die normale Laufkundschaft, also eben auch ihn als Stammkunde, der das TCC bei ihm kauft, auch wenn kein Event ist, dass er eben überhaupt merkt, dass es gefragt ist bei ihm. Bezüglich den Mehrkosten eben für dieses Shop A oder Shop B oder 34 oder 169, kann ich einfach aus meiner Sicht nur sagen, ich überlege mir, wo geht das Geld am Schluss, also am Ende hin. Klar habe ich auch schon mal was beim Großen gekauft, aber wenn ich bei David etwas kaufe, dann weiß ich, ich unterstütze David damit oder ich unterstütze den Shop damit für neue Produkte, dass er weitermachen kann, das gleiche bei dir, Vektor. Also ja, muss ich sagen, das ist mir der Wert, diesen Mehrwert zu bezahlen. Ich glaube, was er sich halt ein bisschen verspricht so drum und wahrscheinlich hat, ist er Kunde auch bei Leuten, die potenziell vielleicht auch Träume haben zu sagen, jo, ich würde gerne mal einen TCG Shop einen richtigen machen, einen LGS und ich will dann Turniere machen und Pipapo, aber die machen es nur nicht. Und das ist schon mal ein Punkt und der zweite ist dann halt nachher, wenn die an dem Punkt angekommen sind, wirst du bei denen auch kein Display mehr für 134 Franken kaufen. Du hast geschrieben, sie verdienen damit auch noch Geld. Jein. Also es geht wirklich primär mal darum, bei günstigen Preisen darum, eine möglichst große Masse an Leuten abzufangen. Wie gesagt, das soll jetzt nicht wertend sein oder sowas, aber es geht jetzt nicht darum, damit jetzt dickes Geld zu verdienen. Klar machst du wahrscheinlich auch noch einen Gewinn, aber das ist keiner, der dich überlebensfähig macht als einen LGS, wo du vielleicht im Monat, sorry, wir sind hier in der Schweiz. Ich gucke mich ständig nach Mieten um, weil es mich auch wirklich interessiert. Wir haben jetzt hier Flächen bekommen, du zahlst für 70 Quadratmeter und hast da 3000 Stutz Miete im Monat. Wie willst du 3000 Stutz Miete im Monat einnehmen mit 10 Stutz Gewinn von einem Produkt? Im Monat. Im Monat. Es ist unmöglich, da kannst du nach einem halben Monat gerade wieder dicht machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach ein Fakt. Also das kann mir keiner erzählen, dass er diesen Preis halt einfach halten kann und trotzdem das bietet, was man verantwortet, was man möchte. Und Events, wie gesagt, ich bin jemand selber, der sehr, sehr gerne Events veranstaltet, die auch oftmals auch Preis, also in dem Sinne nichts kosten, wie zum Beispiel die Grill and Chills und sowas, wo wir organisiert haben oder so. Aber auch das, das kostet halt einfach Zeit, Leute und unterschätzt einfach nicht, was Zeit bedeutet. Wir haben auch Medien. Ja, sogar auch der Online-Shop, der ist nur für günstig, der ist für Mau verkauft. Ja, der verkauft es für Mau. Aber du bezahlst dem, ich sage jetzt mal, 10 Stutz für ein Display, für das, dass er allein, um das zu inserieren, irgendwie eine halbe Stunde wahrscheinlich gebraucht hat, weil er die Datei raussuchen muss. Der muss einen passenden Text dazu schreiben. Der verlangt zwar in dem Moment nicht mehr, aber wenn du dir überlegst, ist es für die Person auch schlussendlich fair, wenn du willst, dass er damit was aufbaut? Nein, eigentlich nicht. meiner Meinung nach. Aber der verlangt es halt nicht, weil er will, er hat ja ein anderes Ziel in dem Moment. Von dem her, es ist ein super interessanter Kommentar. Ich glaube, wir können, wahrscheinlich können wir auch noch ein bisschen weiter drüber treten, weil eine Sache, wo ich interessant finde, weil da muss ich auch noch drauf eingehen halt. Du hast als Mehrwert beschrieben, wo für dich aber jetzt nicht finanzierungswürdig ist, dass jemand Vorbestellung und schnelles Verpacken macht. Vorbestellungs, also Viktor, ich weiß, du machst auch manchmal Vorbestellungen, ich habe auch schon Pre-Orders gemacht. Sorry, liebe Leute, das hat nichts mit Service zu tun. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Vorbestellungen sind dafür da, dass du die Sachen, wo du aktuell gekauft hast, bezahlen kannst und dann in Zukunft die Produkte wieder einkaufen kannst. Da geht es nicht darum, dass du jemandem Service bietest. Du willst halt einfach Geld auf dem Konto haben, um das wieder neu zu investieren oder neu in Sachen neue Produkte zu investieren und korrigiere mich, wenn ich was falsch ist, sag Viktor. Nein, nein, das ist richtig. Das mit Sicherheit hat das nichts mit Service zu tun. Ich finde den Ansatz, den du hast, dass man das supporten sollte, wenn jemand wirklich solche Dinge auch macht, wie Events organisiert oder lass es Content kreieren sein, wo du deine Videos auf YouTube hast, wo jemand ein neues Set vorstellt und sagst, oh cool, ich kann das bei dem anschauen oder so. Das sollte man und muss man supporten, aber man kann nicht erwarten, dass jemand einfach damit beginnt und du dann halt sagst, hey, ich mache das erst, wenn du das auch schon machst und lass ihn davor aber potenziell vor die Hunde gehen, weil er vielleicht gar nicht die Mittel hat, an den Punkt zu kommen. Das ist schwierig, wenn ich mir so denke, David und ich, wir träumen ja davon, mal irgendwann einen kleinen Store zu haben oder irgendwie die Location zu haben, wo man ein paar Turniere machen kann oder Leute halt einfach einladen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich sowas hätte, hätte ich genau von so einer Art Kunden richtig Schiss. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, dann weiß ich genau, das ist so, dass das Ding, was das dann kaputt machen würde. Es ist schwierig, schwierig damit umzugehen, aber es ist genauso eben diese Meinung, wo ich super interessant finde und eben, du hast dir ja Gedanken darüber gemacht, sonst hättest du nicht so einen ewig langen Text halt geschrieben, aber ich finde schon, dass jemand, der sich wirklich nur einen Local Store aufgebaut hat, der dir schon mal eine Fläche bietet, der dir schon mal einen Ansprechpartner vor Ort bietet, mit dem du reden kannst, wo du dich vielleicht auch beraten lassen kannst und der potenziell auch die Möglichkeiten dann schon mal bietet, das auch weiter auszubauen. Ich meine, du kannst ja auch mit den Leuten reden, ob der das potenziell machen würde, wenn du ihn supportest, oder? Man kann ja auch mit den Leuten reden. Dass es die wert ist, auch zu unterstützen, ist meine Meinung. Oder wenn du jemand weißt, der sagt, hey, hör zu, ich baue das auf, das ist mein Fünf-Jahres-Plan und du sagst, hey, mega cool, ich bin dabei, dann unterstützt ihn aber eigentlich nicht damit, wenn du die Sachen von ihm für Einkaufspreis oder ein bisschen darüber kaufst. Das sage ich dir gleich. Und vor allen Dingen Langlebigkeit von diesen Online-Shops, also die Online-Shops, die so günstig sich anbieten können, das sind genau die, wo über Baukastenfirmen das Ganze gegründet haben und die gibt es noch nicht so lange. Also können sie noch nicht so lange auf dem Markt sein. Mir wird jetzt auch nicht auf Anhieb direkt einer einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Interessantes Thema. Schreib gerne nochmal was dazu. Ich denke, da wird es auch wahrscheinlich wieder Meinungen auseinander geben, die da vielleicht nochmal drüber anders denken, aber wie gesagt, das ist super, super Möglichkeit, darüber zu diskutieren, über so Punkte. Also vielen lieben Dank nochmal an Ghost für diesen ausführlichen Kommentar und ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht schlecht oder blöd, weil wir so darauf eingegangen sind, aber ich fand den Kommentar einfach sehr interessant, sehr interessant. Der letzte Kommentar, oder ist es für euch gut? Dann würde ich es zum letzten übersprechen. Ja, ja, definitiv. Der letzte Kommentar, der kam von Pokédon & Sun. Jeder ist sich selbst der Nächste. In einer Zeit, in dem Preissensitivität omnipräsent ist, brüsten sich viele mit der Möglichkeit, Geld zu sparen, wobei die meisten dann eher Heuchler sind, denn wer so viel Kohle für TCG ausgeben kann, der hat keine Geldprobleme. Und falls doch, ist es ein Suchtproblem. Mit der Fülle an Angeboten werden die Konsumenten zudem mit so viel Inputs bombardiert, dass viele schlussendlich einfach nur noch den Preis vergleichen. Ich für meinen Teil versuche, eine Balance zu finden zwischen Support your LGS oder Local Online Shop, wobei ich hier jene meine, die in meinem Umfeld für die Community fassbar sind. Unfannik-Fuchser, wobei hier vor allem günstige Gelegenheitseinkäufe sind, die ich vor allem zum Rippen mit den Kids nutze. Es gibt auch kein Coop- oder Manu-Einkäufe bei uns, außer es sind Aktionen. Genau, den Gastronomievergleich darf man nicht so machen. Schon gar nicht mit Online Shops, eher noch mit dem LGS. Man muss aber schon sehen, der Kartenkäufer verkauft die Karten genau, so wie er sie von Händlern bekommt. Er packt allenfalls noch Kartos aus. In der Gastronomie ist das schon einiges mehr an Arbeitsaufwand und Nachbearbeitung involviert, die mit dem Aufschlag auf den Einkaufspreis eines einfachen Salats gedeckt werden muss. Ganz zu schweigen von höheren Miet- und Inventarkosten. Im Grundsatz gehe ich aber mit euch einig. Ein gewisser Händler, aber auch Konsumethik würde die Szene, aber auch ganz generell der Welt ganz gut tun. Also vielen lieben Dank auch noch mal für diesen ausführlichen Kommentar. Da sind definitiv ein paar Punkte noch mal drin, über die wir reden möchte. Ich denke, diese Preissensitivität, darüber muss man auf jeden Fall reden. Aber genau das ist dieser Punkt, wo er beschrieben hat, wo ich noch mal gerne drauf eingehen will, zu diesen zwei Vorkommentaren, die wir schon hatten vom Coyote und auch jetzt vom Ghost. Eben wer so viel Geld für einen TCG ausgeben kann, der hat keine Geldprobleme. Also wenn du wirklich sagst, ich kaufe mir ein Case von Displays als Privatperson, dann musst du dir nicht drüber Gedanken oder solltest du dir keine Gedanken drüber machen, ob es dir zu teuer ist oder nicht im Prinzip. Das heißt jetzt nicht, dass ich zu dir sage, kaufst da ein, wo es am teuersten ist, sondern guck, dass du wirklich damit was Gutes tust, in dem Sinne, wo du es kaufst. Und dann halt, also ich glaube, da musst du wirklich nicht mehr darauf achten, wie viel du dafür ausgibst, wenn du solche großen Mengen davon halt einkaufst. Er hat dann ein bisschen über seine Meinung in dem Sinne hier nochmal gesprochen, mit dem eben, was er mit Support und so weiter gesprochen hatte. Den, auf den Punkt halt mit dem Gastronomievergleich würde ich auch gerne nochmal eingehen, weil den hatte ich das letzte Mal halt gebracht gehabt. Ich habe gesagt im letzten Podcast, dass ich es in dem Sinne auch ein bisschen so sehe mit dem Gastronomievergleich. Wenn ich jetzt einen Salat kaufe und ich zahle dafür zehn Stutz, dann hat der den Gastronom auch nicht zehn Stutz gekostet, sondern vielleicht ein oder zwei Stutz oder sowas. Es stimmt schon, dass ein LGS logischerweise mehr hat, weil er auch Mietkosten hat. Aber ich gehe nochmal auf unsere Zeit ein, liebe Leute. Denkt nicht, dass jemand, der einen Online-Shop führt, vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch einen 100%-Shop nebenbei hat und noch zwei, drei Stunden am Tag in diesen Online-Shop halt steckt, dass dem seine Zeit nichts wert ist. Und der Kinder hat. Ja, also ich meine, es gibt viele Dinge, die man da logischerweise addieren kann. Es kommt auch auf die Qualität an, die die Person bringt. Aber ich finde schon, dass man einen Online-Shop vergleichen darf mit jemandem, der in der Gastronomie arbeitet. Also ansonsten fangen wir hier an, meiner Meinung nach abzuwerten, welcher Beruf wie viel wert ist. Also wenn du dich wirklich daran siehst und sagst auch, du willst mit dem langfristig vielleicht auch Geld verdienen oder dich etablieren, dann geht es natürlich schon in die Berufsrichtung. Und ich finde nicht, dass man sagen darf, ein Arzt, der von mir aus 100 Stunden in der Woche arbeitet, hat einen wertvolleren Beruf als jemand, der irgendwo an der Kasse arbeitet. Das ist genauso ein anstrengender Beruf und der eine würde den anderen vielleicht nicht wie der andere hinbekommen. Also nur, weil jemand irgendwo eine Fläche gemietet hat, dann hat er vielleicht mehr Kosten die er decken muss. Das ist auf jeden Fall so, von allen Dingen eben, das ist ja das, was den LGS vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu pusht, dass er halt eben mehr verlangen darf. Aber die Arbeit, die man trotzdem reinsteckt in so ein Thema, die darf nicht unterschätzt werden und eben vor allen Dingen halt die Zeit. Und deswegen finde ich, muss sowas auch bezahlt werden dürfen. Also meiner Meinung nach ist das ein guter, gutes Beispiel gewesen. Wie gesagt, man kann jetzt, man muss ja auch nicht Salat nehmen, man kann alles mögliche finde ich auf der Welt nehmen. Niemand arbeitet gerne kostenlos. Und ich denke, das muss man sich wirklich mal hinter die Birne schreiben, dass wenn du von jemandem was beziehst oder von jemandem was möchtest und Qualität dafür verlangst, dass man das bezahlen muss, wenn man möchte, dass es bestehen bleibt. Es gibt schon Leute, die, das habe ich auch am Anfang wirklich 100% als Hobby gemacht. Und das ist auch okay so. Aber irgendwann kommt halt auch der Punkt bei jedem Menschen wahrscheinlich, wo er sagt, hey, ich habe, wie du gesagt hast, Victor, ich habe eine Familie, ich habe irgendwas anderes noch, ich will irgendwie einen gewissen Mehrwert. Und es kann nicht sein, dass ich einfach nur meine Zeit verschenke schlussendlich. Also ja, da muss ich einfach ein bisschen dagegen sprechen von dem, was dort gesprochen wurde. Man sieht es halt einfach weniger. Es ist ich baue nicht Augenringe, weil ich nur schlecht schlafe, sondern einfach, weil ich wenig schlafe. Nach der Arbeit nach Hause komme, ich habe einen ganz normalen Job, den ich Vollzeit ausführe. Und wenn ich dann nach Hause komme, zwei Stunden, drei Stunden mit der Tochter und der Rest bis um zwölf oder ein Uhr arbeite ich entweder im Shop, sortiere Karten oder mache Fotos. Das ist extrem viel Arbeit, die ich mir eigentlich so gar nicht auszahle. Die zahlt mir kein Mensch. Das Problem ist, man sieht es nicht. Man sieht nur die schönen Produkte im Shop. Man sieht, es sieht schön aus. Ja, toll, war alles bestimmt von alleine passiert. Ist aber nicht so. Bei einem Koch siehst du es vielleicht, wenn er einfach in der Küche steht, ein paar Bratpfannen hin und her wirbt, dann wirkt es auf einen einfach anders oder einfacher. Aber ist halt eben nicht so. Ein Shop ist, wie du schon sagst, extrem viel Arbeit und es kostet Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Ja, wie gesagt, ein Shop ist ein harter Job. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Es geht jetzt auch nicht darum, das irgendwie runterzureden oder so. Aber jeder Job ist anstrengend auf sich, wenn man das Shop sieht. Und es ist wirklich kein geringer Aufwand, ein Produkt bei jemandem zu bestellen, auch da zu vergleichen. Man muss auch da gucken, wo bekomme ich auch da einen guten Service und kriege auch wirklich meine Produkte, die ich möchte, um sie weiterzugeben. auch da sich Tabellen zu machen, Dinge auszurechnen, eventuell irgendwo hinzufahren, um die Sachen halt auch zu bekommen, die Sachen online zu stellen, Fotos dazu zu finden, Texte einzufügen, eben auf die Post zu gehen, Sachen zu verpacken, Etiketten ausdrucken. Also Kunden betreuen. Kunden betreuen. Das ist wahnsinnig viel, was zusammenkommt. Unterschätzt das nicht, Leute. Also wenn dann du noch ein LGS hast, dann wird das Ganze natürlich nochmal massiv multipliziert. Aber das ist auch eine Arbeit und fangen wir nicht an, Arbeiten zu vergleichen. Also ich denke, ich würde, wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Frau rede, selbst wenn die nur einen halben Tag arbeiten würde oder selbst wenn die nur einen Tag arbeiten würde, ich würde ihren Job als Lehrer nie machen wollen. Sorry. Da würde ich unter die Hunde gehen. Ich will, also man braucht eigentlich gar nicht anfangen, irgendwelche Arbeiten zu vergleichen. Ich glaube, jeder tut, wenn er das Beste tut, dann ist das das Wichtigste, eigentlich so dumm gesagt. Aber es ist ja eben auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, eben um die Leute dafür zu sensibilisieren. Ja. Und Gedankenanstoß zu geben. Genau. Also es ist wirklich ein cooler Kommentar gewesen und eben die Meinung, wie du auch geschrieben hast, die geht eigentlich überhaupt nicht weit auseinander. Ich musste da nur noch mal drauf eingehen, weil es mich so ein bisschen gestochen hat, so. In der Rippengegend und ich ein bisschen husten musste und so. Aber ganz wichtige Punkte wirklich, wer so viel Geld ausgibt, der hat kein Geldproblem, sondern potenziell, wenn dann eher ein Suchtproblem, wenn er das Geld nicht hat und es trotzdem ausgibt. Sehr gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr passender Kommentar auch irgendwo halt gewesen. Und eben das mit dem Arbeitsding oder Arbeitsintensität, ich glaube, das, ja, da kann man sich Gedanken drüber machen. Das teile ich jetzt nicht so mit dem Kommentar, aber das kann man auch definitiv und darf man auch anders sehen. Ähm, genau. Genau. Jungs, habt ihr noch was dazu? Nein, unterstützt eure Local Stars. Und wir sind nicht mal ein Local Star, aber wir unterstützen sie trotzdem und machen Props für die, obwohl wir nicht mal was davon haben, weil es einfach wichtig ist. Wir sind eine Community und ich finde, da sollte man einfach zusammenhalten. Ja. So sehe ich es. Schweiz ist klein. Und wenn ihr wirklich jemanden habt, wo ihr sagt, hey, mir gefällt die Person und der hat von mir aus auch keinen Local Store. Ich meine, der Local Store, wie du, wie wir auch schon gesagt haben, der wächst jetzt auch nicht aus dem Boden. Ähm, wenn ihr so eine Person unterstützen möchtet und da würde ich uns jetzt halt schon dazu erzählen, jetzt einfach mal ganz frech, ein bisschen Eigenwerbung darf man auch machen und ihr sagt, hey, mir gefällt es, was die Leute machen, eben so ein Podcast oder sowas, das ist jetzt wirklich Fun und Hobby. Die Dinge sind ja auch nicht bezahlt oder sowas. Alles, was Zeit und Liebe und Intensität halt bedeutet, das darf man wirklich auch in dem Sinne würdigen. Und das muss man nicht nur mit Geld, man kann auch wirklich mit netten Worten oder mit konstruktiver Kritik und so weiter damit arbeiten. Aber guckt, dass ihr den Leuten, wo ihr merkt, hey, da geht es in die richtige Richtung und die wollen eigentlich nur, die wollen mehr als nur den Markt an sich reißen, auf gut deutsch, ähm, dass ihr die halt supportet. Die müssen kein LGS haben, aber es ist natürlich schön, wenn ihr jemanden unterstützt, der das halt einfach schon aufgebaut hat und potenziell mehr daraus machen kann. Genau. Schön gesagt. Guter Abschluss. Guter Abschluss. Guter Abschluss. Kommentiert druntert, eure Meinung ist uns natürlich wichtig. Ich hoffe, wir haben da jetzt nicht so viel Feuer bei uns aufgewürdig und ihr sagt, okay, den entfollowe ich jetzt erst mal den Deppen, aber 100 Follower weniger. Dann kommen wir wieder zum Punkt von der Nadine zurück, wo wir am Anfang hatten. Man sucht sich nur die Partner aus. Richtig. Eins kommt zum anderen und es kommt so, wie es soll. Auf die nächste Episode. Danke, Männer. Auf die nächste Episode. Danke dir. Ciao, hau's rein. Ciao, ciao. Danke dir.